Die einen freuen sich über die milden Temperaturen, die anderen klagen über den ausbleibenden Winter. Obwohl der Frühling zwar erst in einem Monat offiziell startet, ist er im Bundesland Salzburg schon im vollen Gange. Temperaturen weit über Plus, Sonnenschein und Frühlingsboten, aber wo bleibt der Schnee? Ob der Winter dieses Jahr überhaupt noch nach Salzburg kommt, ist noch unklar. Fakt ist, dass die nächsten Tage weiterhin sonnig und warm bleiben, die Temperaturen bleiben über 10 Grad.